Was geht ab Party People? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video geht es um Christian Eckerlin, einen altbekannten Oktagon Fighter. Des Weiteren schauen wir uns noch ein paar Videos an vom legendären Mike Tyson. Wie ihr wisst, kämpft er auch bald in Juniger und Jake Paul. Und um die österreichische Community nicht zu vernachlässigen, schauen wir uns in Macaiv, Macaiv, sorry wenn es falsch ausspricht, noch an. Der kommt am 8.6. in Prag um die Oktagon Challenge um 300.000 Euro. Da schauen wir uns auch ein paar Videos an. Und ja, let's go mit dem Video. So, das neueste Video von Christian Eckerlin auf seinem eigenen Channel. Das sehen wir jetzt den Christian Eckerlin. Ich glaube das Video ist zwei Wochen alt, kurz vor seinem Kampf, jetzt in der Wettkampfvorbereitung. Wir haben ja auch schon mal ein Video gemacht mit dem Christian Eckerlin, wo er gegen unseren Kollegen Edmond ein Sparring macht. Boom! Granaten! Wahnsinn! Vielleicht was manche Leute nicht wissen, Christian Eckerlin kämpft auf Catch-Wet auf 80 Kilogramm. Normalerweise kämpft er auf 84 Kilo. Und er wirkt da schon noch sehr schwer. Also ich glaube, dass er schon noch auf die 90 Kilo kommt. Heißt doch Conor McGregor oder was? Kurz glaub. Schiene weiter. Aber man sieht, wie hat ein großer Fokus gelegt auf Ausdauer-Konditionen. Ja, andererseits was willst, an Christian Eckerlin, was wieder noch viel Technik dazulernen. Der ist schon komplett der Kämpfer. Da geht es wirklich meistens darum, dass man die Kondition an den Punkt bringt. Mental an den Punkt ist. Und das wirkt auf jeden Fall daran. Ich bin so mein größter Kritiker selber und so weißt du? Alle sagen auch so und gut, aber ich fand es noch nicht so gut eigentlich. Manchmal guckt man auf den Spiegel und man ist dünn, aber dabei ist man ganz schön. Weißt du was ich meine? Deswegen vielleicht, keine Ahnung. Oh, guck mal. Er ist selber immer der größte Kritiker. Aber er ist gut, oder? Ja, kenn ich gut. Wirkt schon auf jeden Fall leicht jetzt. Ohne Level, ohne T-Shirts oder jetzt schon wie du den Gesicht merkst, ob du ihn schon abgenommen hast. So, Takt 2. Beginn mit Laufen. Danach geht's auf die Taddy Convention und dann Schadion. Das ist jetzt mal Quitten wie ein Riesel. Vielleicht schon am Motorlogen. Spacke Regen, aber wenn dann so ekelhaft der Wind noch dabei ist. Das ist ekelhaft. Heute Ziel ist wie immer Vollgas. Wir haben noch zwei Wochen bis zum Garten. Heute packen wir noch einen drauf. Fertig. Das ist so ein witziger Kerl-Denkerling. Aber sympathisch. Ich mag ihn. Wir sind draußen auf der Bahn. Arbeiten wieder an der Ausdauer. Wir machen die Intervalle heute. 400 Meter Intervalle. 4x400 und danach Sprints. Das heißt die Intervalle, das ist... Paar im Regen. Ja, da sieht man auf jeden Fall jetzt noch ein Konditionstraining in Christian. Wirkt auf jeden Fall fit. Bin schon gespannt, ob wir jetzt noch ein Video die nächsten Wochen kriegen. Kurz vor seinem Kampf-Debüt. Und ja. Des Weiteren schauen wir jetzt, hätte ich gesagt, rein. Was ist dein Prediction? Mein Prediction? Er wird es auf jeden Fall machen. Ich glaube fast, dass es wieder nicht wie die Runden geht wie ihm. Ich glaube, das ist fast so. Er macht es trotzdem gerne. Über die Runden immer besser kommt mir vor. Und deswegen glaube ich eigentlich so zweite, dritte Runde, dass ein K.O. schlagen wird. Also dritte Runde, so dritte Runde K.O. Wir bleiben gespannt und wünschen auf jeden Fall nur das Beste. 57 Jahre, Mike Tyson. Und man sieht. Noch immer Maschine. Ja, da sehen wir jetzt den Mike Tyson in ein paar neueren Videos. Was halt unglaublich ist bei ihm. Der Kollege ist jetzt mittlerweile 57 Jahre. Er ist 1966 geboren. Er war der jüngste Hairway Champion. Ist halt unglaublich, wie der noch immer fit ist. Es ist halt nur die Frage. Bei den ganzen Videos, was man sieht. Man sieht ihn immer nur kurz explodieren. Was halt eh ein Wahnsinn ist. Nach wie vor wie ein Jungskatzel, sag ich jetzt mal. Aber die Frage ist halt bei Mike Tyson. Wie lange kann er das standhalten? Kann er das in der dritten, vierten Runde auch noch machen gegen ein Jake Paul? Jake Paul kann man sagen, was man will. Ob man mag oder nein. Der ist halt trotzdem eine Maschine. Der trainiert Tag und Nacht. Der hat sich wirklich zu einer richtig guten Profibox entwickelt. Und man darf halt aber auch nicht vergessen. Mike Tyson seine Prime war halt trotzdem. In einer Zeit, wo ein Jake Paul noch nicht einmal auf der Welt war. Also da sind schon Levels dazwischen. Ja, das Alter vor allem. Ich hab technisch gesehen, ist der Mike Tyson da noch immer weit vorne. Aber es ist halt... Aber interessant, aber irgendwie was nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den Kampf jetzt nicht so geil, dass der veranstaltet wird, dass das passiert. Ich bete zu Gott, dass der Mike Tyson da nicht irgendwie K.O. geht. Das ist ja das Ding. Innen, ganz tief innen drin, wissen wir, dass der Jake Paul das Potenzial hätte, Mike Tyson auch vielleicht sogar auszunocken. Und das will keiner sehen. Aber deswegen umso besser wäre es, wenn es umgekehrt ist. Stell dir vor, Mike Tyson knockt einen Jake Paul aus. Ich meine, stell dir das vor. Das wäre schon witzig dann. Würde ich schon feiern. Ja, auf jeden Fall gespannt. Trotzdem. Und ich hoffe, Mike Tyson macht das Ganze. Schauen wir uns mal kurz. Da hat er Klips an. Ich denk's mir immer wieder. Der Pat Bowler von Mike Tyson tut mir schon ein bisschen leidig. Ja. Immer durch den Ring geprügelt. Ah, schau, das sieht man sogar. Ja, der... Der hat schon einiges durchgemacht mit ihm, glaube ich. Okay. Prediction. Prediction. Okay, ich sag meine zuerst. Also Prediction, es wird auf jeden Fall kein Knockout geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaub, es wird über die Runden gehen und dann vielleicht, keine Ahnung, draw oder... Wenn es über die... Ich weiß nicht, wenn es kein draw oder unentschieden wird, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass dann ein Jake Paul geht, weil der vielleicht sogar der aktivere Fighter sein wird. Meine Prediction ist, er beißt ein Jake Paul, das ist das andere. Wow. So, und jetzt wie versprochen noch unser österreichischer Kollege Mohamed Machachev. Äh... So, und jetzt wie versprochen noch unser österreichischer Kollege Mohamed Machachev. Äh, 24 Jahre jung, nennt sich The Beast und hat einen Fight-Record von 14 zu 1. Kämpft jetzt in Prag im Halbfinale für Tipp Sport 300.000 Game-Changer-Event für Octagon. Und da sehen wir jetzt seine Highlights von seinem letzten Kampf bei Octagon Challenge. Also ich hab den Kampf schon gesehen, sehr starke Leistung für ihn gewesen. Und jetzt schauen wir ein bisschen rein. Uh, schöner Take-Down. Versuch. Uh. 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 Sehr starken Gegner gehabt. Da in Dusk Joke. Uh. Schön raus dreht. Sehr schön. Uh. 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 Da hat er schon, da hat er schon gehabt. Stimmt, den hab ich vergessen. Ibo ist ja mittlerweile auch in der UFC und hat ein Wahnsinns-Debüt hingelegt. Und ja, da haben wir mittlerweile jetzt eh schon ein paar Leute, was wirklich was reißen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Uh. Uh. Schaut das auf jeden Fall unseren Kollegen aus Österreich und aus Deutschland supportet. An Mike Tyson könnt supporten. Vielleicht folgt er euch ja zurück. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Peace out. Ich hatte es was sieppelt drin. Oh, das ist mit dem. Scherr, warte. Vielen Dank.